Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Deadyshop News mit mir, dem Herrn Gleich. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, hat er sofort super gemacht. Jetzt gehen wir direkt in den Itemshop rein. Ja, dann haben wir von gestern noch den Fastball. Die Benotung habe ich ja gestern rausgekommen. Ich finde das Ding ja einfach mega cool. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie das Ding bei euch überhaupt angekommen ist. Inzwischen haben wir ja auch schon ein paar mehr Noten davon. Lasst uns doch einfach mal schauen, was haltet ihr denn davon? So, wo ist er denn? Der Double Play. So, wo ist er denn? Oder auch der Fastball. Hier haben wir ihn. Wahnsinn. 3,94 von 5 bei 16 Votes. Nice. So, dann sind wir hier schon bei dem Schlagmann. Und auch hier können wir mal ganz kurz gucken. Das ist der Slugger gewesen. Und der Slugger hat 3,25 von 5 gehabt bei 12 Votes. Jetzt kommen wir zu dem durchschlagenden Erfolg. Ich fand diese Picke echt cool für 500 V-Bucks. Gucken wir mal, wie ist denn das Ding angekommen? Das ist hier... Wo ist es denn? Grand Slammer. Das ist der Grand Slammer, genau. Und das ist der hier. 3,5 von 5 bei 4 Votes. Okay. Homerun. Wie sehen da die Noten aus? 3,33 von 5. Okay. So, dann sind wir hier auch schon durch. Jetzt ist wieder zurück der Fade Skin. Den finde ich ja relativ cool. Der kriegt von mir 7 von 10. Schauen wir mal, wie sind da die Noten. Für den Fade 4,9 von 5 bei 141 Votes. Dann haben wir hier diesen Schicksalsrahmen. Finde ich persönlich jetzt nicht so ganz toll. Muss ich sagen. Ich bin jetzt kein großer Fan von dem Ding. Und das ist die Faded Frame. Von mir kriegt sie 6 von 10. Und hier haben wir 3,64 von 5 bei 14 Votes. Jo, dann haben wir hier den Spaltmügel. Finde ich eigentlich ganz okay, das Ding. Kriegt von mir 7 von 10. Und das ist hier der Split Wing. Kommt bei euch überhaupt nicht gut an. 2,64 von 5 bei 11 Votes. So, dann sind wir auch schon mit dem Fade Paket durch. Jetzt haben wir hier... Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, eine neue Lackierung. Oh, die ist episch. Oh, jetzt mit... Oh, wie sieht das denn aus? Ui. Animierte Lackierung. Für 700 V-Bucks. Ui. Das sieht jetzt ein bisschen komisch bei den Waffen wahrscheinlich aus. Bringt das Ding zum Glühen. Du musst so viel schießen, dass er das Ding zum Glühen bringt. Magma. Aber die Idee... Also ich glaube, da wird jetzt einiges kommen in Zukunft. Also die Idee ist eigentlich schon relativ cool, diese Lackierungen auch mal zu animieren. Kann man auch gut vorstellen, dass dann irgendwann mal so was Reaktives mit dabei ist. Also, ooooh. Wobei, das ist natürlich, hätten sie besser vielleicht andersherum gemacht, ich weiß nicht. Aber es sieht schon cool aus irgendwo, ne? Ooooh, mit der Pistole. Ja, äh, die Magma-Lackierung. Also muss ich ehrlich sagen, es ist bis jetzt eine der geilsten Markierungen, die ich gesehen habe. Und alleine dafür gebe ich der Magma jetzt mal, ach, ich bin mir sicher, da ist noch Luft nach oben, ja. Also, ich glaube, da kann man noch viel, viel mehr draus machen, kann man einiges rausholen. Ja, aber ich gebe dem Ding jetzt erstmal 8 von 10. Und dann schauen wir mal, wie hier die Lackierung bei euch ankommt. Das sind hier 3 von 5 bei 2 Votes. Also jetzt noch nicht so, aber 123 Reminders, das ist schon echt verdammt viel. Ja, und dann sind wir hier bei Noir. Und, ja, den finde ich echt ziemlich witzig, muss ich sagen. Hier hinten auch der Teil. Ist auch eigentlich ganz cool. Der Noir, ich finde den echt ganz cool irgendwo. Und der kriegt von mir 7 von 10, den Noir. So, und da haben wir momentan 4,11 von 5 bei 18 Votes. Jo, dann haben wir hier den Pop-Lock. Pop-Lock, mega cool. Kriegt von mir 10 von 10. Ich finde das Ding geil. Absolut geil. 10 von 10, Pop-Lock. Hier haben wir 4,11 von 5 bei 36 Votes. Dann sind wir bei dieser Messhacke. Ah, 6 von 10. Bin ich jetzt... Boah. Ist der Kaliper. Wow. Ist krass, dass das Ding so gut ankommt. Ich finde die jetzt nicht so schön, muss ich sagen. 4,21 von 5 bei alles Geschmackssache. 19 Votes. Jo. Für 500 V-Bucks die Messhacke. Für 1,200 V-Bucks die magischen Schwingen. Und das Ding, ja, es ist schon interessant. Kriegt von mir 9 von 10. Hier haben wir momentan 4,21 von 5 bei 33 Votes. Dann haben wir den Waffenexperten. Und da wisst ihr, ich finde den nicht schön. Ich finde den nicht so gut, den Waffenexperten. Ich weiß, ihr fahrt voll auf das Ding ab. Ich finde den nicht so toll. Da kriegt von mir 4 von 10 der Waffenexpert, der Munition-Expert. Und hier haben wir 4,22 von 5 bei 41 Votes. Jo. Dann haben wir den Seh-Tier. Den Behold. 7 von 10 für den Behold Deck. Ja, und seid dann nicht so begeistert von, okay. 2,73 von 5 bei 11 Votes. 30 Reminders. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann... Ja, wenn ihr es noch nicht habt, abonniert bitte den Kanal. Ansonsten, wenn ihr schon Abonnenten seid, einfach mal ein Like da lassen. Da freuen wir uns drüber sehr. Also, ich würde mich freuen, euch das nächste Mal wieder zu begrüßen. Haut rein, macht's gut. Bis dann und tschüss.